Oi, 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 diese Überschrift hat es wirklich in sich. Da werden schon einige auf den Trigger gebracht, dass sie überhaupt nicht damit einverstanden sind. Du brauchst am Anfang keinen Cashflow, sag ich dir. Am Anfang brauchst du ihn einfach nicht. Was er auf sich hat, wir legen sofort los, denn ich will dich nicht auf die Folter spannen. Let's go! So, Punkt Nummer 1, warum du keinen Cashflow am Anfang brauchst, ist, weil der Markt ganz einfach sich gedreht hat. Er ist anders geworden, er ist anders, als wie noch wir angefangen haben, vor circa etwas mehr als drei Jahren. Der Markt ist einfach anders geworden. Ich sag mal, wie es bei uns war. Vor drei Jahren haben wir angefangen, also Mitte 2018. Und da war es noch so, dass du online rentable Objekte gefunden hast, in guten oder sogar sehr guten Lagen. Jetzt über drei Jahre später, wie ist es geworden? Online findest du so gut wie gar nichts mehr. In guten bis sehr guten Lagen. Ich rede gar nicht von Scheißlagen. Wenn du mich kennst, ich rede nie von Scheißlagen, wo die Vermietbarkeit nicht gut ist, wo Leerstand hoch ist, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist, wo Abwanderung ist. Davon rede ich nicht. Da würde ich dir nie empfehlen zu investieren. Und wenn du in guten Lagen Immobilien suchst, was ich dir immer empfehlen würde, was meine Strategie ist, dann hast du heutzutage wirklich ein Problem, wenn du online drauf gehst auf den Markt. Denn die Leute wissen jetzt auch, es wissen auch schon langsam die Laien da draußen, dass Immobilien ein gutes Investment ist, dass Immobilien stabil sind, dass es der sichere Hafen ist. Und es geht immer mehr nach draußen raus. Und von daher ist es halt so, dass die Leute auch die Preise automatisch erhöhen, überall erhöhen, so Schnäppchen, wo die Leute sagen, ja, ich bringe es jetzt einfach mal auf den Markt, wo sich kaum Leute interessiert haben vor 5 oder 10 Jahren für Immobilien, also die wenigsten. Jetzt ist es ja so ein Hype darum. Die Politik redet davon, jeder redet davon, gefühltermaßen. Und von daher ist es jetzt einfach so, dass du keinen Cashflow am Anfang brauchst, weil du solche Objekte mit sofort Cashflow in so welchen Lagen einfach nicht bekommst. Von daher ist es halt nun mal so, dass der Markt sich gedreht hat und du musst dich an den Markt anpassen, ja. Nicht umgekehrt, der Markt an dich. Du musst dich an den Markt anpassen. Und deswegen ist es halt so, dass du jetzt momentan nicht sofort auf Cashflow gehen sollst, ja. Deswegen schau nicht nach Cashflow-Immobilien, schau, was du mit Immobilien machen kannst. Potenzialimmobilien, was ich immer gesagt habe, dass die untervermietet sind oder heruntergekommen sind, am besten sogar beides, dann kriegst du deinen guten Preis dafür, ja. Aber wir gehen jetzt auf die anderen Punkte rüber, warum ich sage, dass du am Anfang keinen Cashflow brauchst. Der zweite Punkt, warum du keinen Cashflow brauchst, ist, dass du dich auf Cashflow-Immobilien fokussierst. Und das ist ein Fehler. Denn der Fehler ist darin, dass du da Chancen nicht siehst beziehungsweise Chancen entgehen lässt, ja. Weil ich dir ja gerade eben gesagt habe, es ist so gut wie nicht mehr möglich, einfach online in guten bis sehr guten Lagen rentable Cashflow-Immobilien zu finden, ja. Der Markt ist so heiß, du musst andere Wege finden, ja. Du musst unternehmerischer denken, du musst wissen, was du mit dieser Immobilie tust, ja. Und wenn ich meine, dass dir Chancen entgehen, weil du den Fokus auf diese Cashflow-Immobilien setzt, was die meisten immer noch da draußen denken, und ich verstehe das nicht, warum das so ist, du siehst ja, dass es momentan dann nichts mehr auf dem Markt gibt, ja. Wenn du dich nur darauf fokussierst, dann siehst du nicht, wo du das richtige Geld machst, wo die Potenziale an diesen Immobilien sind, wo du erkennen kannst, was du langfristig oder mittelfristig mit den Immobilien erreichen kannst. Da musst du den Fokus setzen und nicht, was heute nicht mehr funktioniert, ja. Du brauchst den richtigen Fokus und ich hoffe, das wird dir klar mit diesem Video. Es ist unglaublich, dass die Leute immer noch denken, dass du sofort Cashflow brauchst, Immobilien. Ich kaufe keine Immobilien, wenn es nicht am Anfang Cashflow hat. Dann bist du halt in der scheiß Lage heutzutage, Punkt. Ja, es ist einfach so, es ist Fakt. In gutem Lagen bekommst du nichts mehr. Du musst dir dich an den Markt anpassen, sage ich dir nochmal. Mal, wir gehen auf den dritten Punkt rüber. Und dieser ist, denke, langfristig, was ich auch gerade eben angespitzt habe, angesagt habe. Langfristiges Denkmal, Immobilien ist ganz, ganz wichtig. Langfristig bringt immer die meiste Rendite. Auch da, Cashflow ist ja was sehr Gutes, aber du brauchst es nicht sofort. Langfristig, was schaffst du mit der Immobilie, was jetzt Mieterhöhung anbelangt, Neuvermietung, Renovierung, Sanierung, was passiert dann, wenn du dann dein Ziel erreichst mit solchen Immobilien? Was erhältst du dann langfristig für Immobilien? Was erhältst du dann für Cashflow? Was erhältst du dann für Renditen? Langfristiges Denken ist angesagt bei Immobilien und das musst du verstehen. Nicht kurzfristig. Die, wo kurzfristig denken, die schauen meistens in die Tonne rein. Langfristiges Denken haben die höchste Rendite und langfristig haben auch die, wo am meisten Erfolg haben. Es gibt ja diesen Zinses-Zinseffekt und der ist ja auch langfristig. Also auch da langfristiges Denken. Investments oder Investieren sind langfristig. Die meisten Menschen wollen sofort was haben. Aber da muss sich die meisten Leute enttäuschen. Das ist halt einfach nicht so. Sofort bekommst du so gut wie gar nichts oder fast gar nichts. Spekulationen kannst du kurzfristig haben. Wenn du langfristig investieren willst und langfristige Ergebnisse, positive, gute, sehr gute Ergebnisse haben willst, dann brauchst du so ein Gedächtnis. Du brauchst Geduld, Beharrlichkeit. Das gehört zum unternehmerischen Erfolg, allgemein zum persönlichen Erfolg dazu. Langfristig Beharrlichkeit und immer wieder dranbleiben und irgendwann kommt der Durchbruch. Du brauchst gewisse Strategien, aber du musst nichts sofort haben. Überhaupt nicht. Gehen wir auf den nächsten Punkt rüber. Die Leute, wo sofort was haben wollen, die wollen sofort von diesen Immobilien leben, aber es gibt momentan nicht diesen Markt dafür. Und ich weiß nicht, ob das sich noch irgendwann dreht, wenn die Immobilienpreise mal fallen sollten. Ich weiß ja nicht, ich habe keine Glaskugel, ich will keine Spekulationen in die Welt setzen, überhaupt nichts, will niemanden Angst machen. Ich sage, was Fakt ist und nicht, was die meisten Leute sagen, es könnte passieren. Ich sage, was Fakt ist und Punkt. Und Fakt ist, die, wo jetzt sofort Cashflow haben wollen, die wollen sofort davon leben können. Die wollen am besten sich in die Hängematte legen und nichts mehr dafür tun, dieses passive Einkommen. Das wird aber nie passieren. Passives Einkommen gibt es nicht bei Immobilien. Du wirst am Anfang noch weiter arbeiten müssen und auch sollen. Du sollst weiterhin arbeiten und dann deine Immobilien für dich arbeiten lassen. Selber auch Arbeit reinstecken und langfristig damit denken und dann irgendwann kannst du ja mal davon leben. Aber du brauchst eine Spanne. Ich sage jetzt mal, ab unter 5 Jahre funktioniert das einfach nicht. Aber bis 5 Jahre, du brauchst wirklich Beharrlichkeit. Du musst dranbleiben. Du musst die ganze Zeit investieren. Du brauchst die ganze Zeit dein Eigenkapital. Du musst wirklich da dranbleiben, um in, sagen wir mal, kürzesten, minimalste Zeit, 5 Jahre und aufwärts, am besten 10 Jahre denken. Und dann kannst du mal anfangen, langsam zu denken, ob du dann den Job an den Nagel hängst, eventuell, oder sonst noch dergleichen. Aber am Anfang, tu weiterhin parallel arbeiten. Mach ganz normal deinen Alltagsjob. Schau, dass du Immobilien nebenbei einfach kaufst. Ganz normal nebenbei machen und deinen ganz normalen Alltag weiterhin führst. Und du kaufst eine nach der anderen. Und so sammelt sich mit Potenzialimmobilien. Irgendwann dreht sich alles. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe dir schon mal bei mir gesagt, dass es einfach bei uns genauso gekommen ist, bei fast allen Immobilien, dass sich fast alles gedreht hat, weil wir kleine Immobilien kaufen. Da ist die Volatilität größer, viel, viel größer als bei 3- oder 4-Zimmerwohnungen oder 5-Zimmerwohnungen sogar. Und von daher, das kommt irgendwann. Irgendwann kommt das. Wenn du die richtige Strategie hast und irgendwann wirst du dann deinen Weg finden und irgendwann kommst du auch zu deinem Ziel. Aber du brauchst Geduld, verdammt nochmal. Du brauchst einfach Geduld, okay? Gehen wir zum letzten Punkt rüber. Der letzte Punkt ist, will ich dir einfach noch sagen, wie wir das machen. Ich spreche nur aus der Praxis. Ich sage, was bei uns funktioniert und ich sage, wie es auch bei dir funktionieren kann. Bei uns ist es so, wir tun ein Netzwerk aufbauen. Wir tun ein Netzwerk aufbauen. Dieses Netzwerk tun wir pflegen. Dieses Netzwerk tun wir immer die Provision geben, weil unser Netzwerk aus Maklern besteht. Dieses Maklernetzwerk, die geben uns Immobilien, wo nicht auf den Markt kommen. Die geben uns Immobilien, wo unter dem Markt verkauft werden können, weil es einfach Dreckslöcher sind. Aber wenn du mit der Arbeit bist, wenn du weißt, was du für Investitionen da reinstecken musst, wenn du weißt, was alles kostet, was du da reinstecken musst, dann kannst du Geschäfte deines Lebens machen. Und das ist der heutige Markt. Das will ich dir hier mitgeben. Das sollst du tun, das tun wir und so funktioniert das. Herunterkommene Immobilien kaufen, die Immobilien, wo untervermietet sind, eines von beiden, am besten beides gleichzeitig. Dann hast du sozusagen Jackpot langfristig gedacht. Dann bist du wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und dann kommt auch eventuell zu dir der Banker wie zu uns und sagt, wow, was ihr in drei Jahren geschafft habt, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich und darauf sind wir stolz und das kannst du dann eines Tages eventuell auch sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dir sehr, sehr viel Mehrwert gegeben. Gib gerne einen Daumen hoch, Abo dalassen und ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Bis dann, dein Matthias Clavina. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.